Es ist nicht immer einfach, jemanden mit ADHS zu lieben. Aber es lohnt sich. Erwachsene mit ADHS neigen oft zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen und Stimmungsschwankungen. Das kann anstrengend sein. Doch die ungestümen Kalten mit ihrem Hang zu emotionalen Explosionen können das gemeinsame Leben auch unvorhersehbar machen, schneller, kreativer und intensiver. Hier sind 20 Dinge, die du wissen musst, wenn du einen Menschen mit ADHS liebst. Erster, es fällt ihnen schwer, sich an Vereinbarungen zu halten. Aber sie versuchen es. Termine und Fristen einhalten? Das ist nicht ihre Stärke. Außerdem verlieren sie schnell die Geduld oder geben frustriert auf, wenn etwas nicht sofort klappt oder langweilig wird. Das ist für die Menschen in ihrem Umfeld anstrengend und nur schwer zu verstehen. Zweite, sie wollen nicht bevormundet werden. Natürlich neigst du dazu, dem besonderen Menschen in deinem Leben helfen zu wollen. Du organisierst sein Leben, maßregelst und kritisierst seine Unausgeglichenheit. Was du aber selbst als Hilfestellung verstehst, kann für den anderen als Gängelung oder Angriff auf die Persönlichkeit begriffen werden. Drei Punkte sind empfindsamer, als du denkst. Unüberlegte Worte können Menschen mit ADHS sehr verletzen. Denke in Ruhe über Strategien nach, um den anderen von deinem Standpunkt zu überzeugen. Vierte, begreife die Situation auch als Chance. Menschen mit ADHS sind sehr kreativ. Jeder Tag mit ihnen bringt neue Ereignisse, langweilig wird es bestimmt nie. Fünfte, oft verlieren sie sich völlig in einer Sache. Dass sich ADHS-Betroffene schlechter konzentrieren können, weißt du wahrscheinlich. Aber das ist nicht das ganze Bild. Denn manchmal konzentrieren sie sich zu sehr. Dann tauchen sie für einen Moment unter, in ihren eigenen Gedanken oder einem Projekt. Sechste, sie verstehen sich oft selbst nicht. Oft haben Menschen mit ADHS keine Ahnung von ihrer Erkrankung, obwohl die Aufmerksamkeitsdefizit Schrägstrich Hyperaktivitätsstörung, ADHS, oder auch das Aufmerksamkeitsdefizit Schrägstrich Hyperaktivitätssyndrom unter Kindern und Jugendlichen die häufigste psychiatrische Erkrankung ist. Bei der Hälfte der Betroffenen verschwindet die Krankheit im Erwachsenenalter oder sie ist dann weniger stark ausgeprägt. Trotzdem gibt es in Deutschland etwa zwei Millionen Erwachsene mit ADHS. Siebte sie überfordern ihre Mitmenschen, aber sie tun es nicht absichtlich. ADHS äußert sich sehr unterschiedlich, typisch sind oft eine chaotische Lebensweise, Unkonzentriertheit und Gefühlsausbrüche. Kein Wunder, dass das zu Beziehungsproblemen führen kann und Angehörige, Freunde und Partner schnell überfordert sind. Achte sie hassen es, ständig kritisiert zu werden. Ja, es ist frustrierend, wenn sich dein Partner manchmal verhält wie ein großes Kind. Es macht aber alles nur schlimmer, wenn du ihn deshalb ständig kritisierst. Dann entwickelt sich eine Spirale aus Frust. Arbeitet lieber zusammen an einer individuellen Lösung. Hilft ein gemeinsamer Zeitplan, indem ihr alle Termine festhaltet? Neunte Menschen mit ADHS brauchen Motivation. Sie brauchen Zustimmung und Verständnis. Unterstütze und motiviere deinen Partner, wenn sein Antrieb sinkt. Zehnte sie sind ungeheuer leidenschaftlich. Menschen mit ADHS haben in der Schule und später im Beruf oft mit Problemen zu kämpfen. Genormte Lernmethoden und Arbeitsprozesse sind nicht ihr Ding. Wenn sie aber eine Leidenschaft für sich entdecken, kann sie niemand mehr aufhalten. Mit der richtigen Art der Stimulation entzündet sich ein Feuerwerk der Gedanken und Ideen. Elfte sie können Höchstleistungen erbringen. Mit ihrer exzentrischen, kreativen Art können sie Enormes leisten. Der Schwimmer Michael Phipps zum Beispiel hat ADHS. Auch der Sänger Justin Timberlake und der Unternehmer Richard Branson stehen zu ihrer Krankheit. Zwölfte manchmal brauchen sie trotzdem Hilfe. Nicht immer ist ADHS gleich stark ausgeprägt. Aber in einigen Fällen leiden die Betroffenen so sehr, dass sie Hilfe von einem Therapeuten brauchen. Dreizehnte sie nehmen die Welt anders wahr als du. Menschen mit ADHS können Geräusche und visuelle Reizen nicht filtern. Sie müssen sehr viele Eindrücke verarbeiten und das ist ganz schön anstrengend. Vierzehnte sie haben sogar einen besonders stark ausgeprägten Tastsinn. Fünfzehnte nur weil sie nicht zuhören, heißt das nicht, dass ihnen alles egal ist. Sechzehnte weil so viele Reize auf sie einstürmen, werden sie ständig abgelenkt. Ohne das zu wollen. Sie meinen es nicht böse, es ist auch kein Zeichen von mangelndem Respekt dir gegenüber. Informiere dich über die Krankheit, um Missverständnisse zu vermeiden. Sprich mit anderen Betroffenen, deren Angehörigen und Psychologen. Lese Studien, informiere dich auf Portalen wie ADHS Deutschland eingetragener Verein so kannst du deinen Partner besser verstehen. Siebzehnte sie sind sehr emphatisch. Menschen mit ADHS müssen gegen das Vorurteil ankämpfen, dass ihnen andere egal sind. Aber das stimmt nicht. Denn sie können sich sehr gut in andere hineinversetzen. Weil sie hypersensibel sind, fallen ihnen schon kleine Veränderungen bei ihrem Gegenüber auf. Achtzehnte sie leben in der Gegenwart. Viele Menschen verlieren sich in Gedanken über Vergangenheit und Zukunft. Dazu neigen Menschen mit ADHS nicht, sie leben im Hier und Jetzt. Lehn dich zurück und genieß zusammen den Augenblick. Neunzehnte sie brauchen Vertrauen. Damit die Beziehung lange halten kann, müsst ihr eine gute Vertrauensbasis aufbauen. Menschen mit ADHS haben oft Angst, enttäuscht zu werden. Zeige deinem Partner, dass er auf dich zählen kann. Zwanzigste sie reißen andere Menschen mit. Ihre Kreativität, Empathie und Impulsivität sind einfach ansteckend.